Gut, dann steigen wir ein mit der BPMN. Die BPMN, die Business Process Modeling and Notation, ist, wie schon erwähnt, eine Modellierungssprache zur Modellierung von Arbeitsabläufen, von Geschäftsprozessen in Organisationen bzw. auch Zwischenorganisationen. Also wir haben hier eine Kollaborationskomponente durchaus auch mit dabei. Ebenfalls schon erwähnt habe ich, dass es auf die BPMN Einflussnamen oder Grundlagen aus unterschiedlichsten Disziplinen gegeben hat. Also es liegen dem Ganzen einerseits Modellierungssprachen aus der klassischen Geschäftsprozessmodellierung zugrunde, andererseits auch Sprachen, die sich sehr stark mit der formalen Verifizierbarkeit von Modellen, von Prozessmodellen beschäftigen. Und zum dritten Sprachen, die sich der technischen Ausführbarkeit von Prozessmodellen widmen. Das alles ist zusammengeführt worden Anfang der 2000er Jahre, getrieben von einem IBM-Mitarbeiter damals, dem Herrn White. Der hat die erste Version versucht zusammenzustellen. Es ist sehr schnell zu einem kollaborativen Prozess gekommen, wo diese einzelnen Aspekte ausverhandelt und dann auch kodifiziert wurden. Das heißt, es ist versucht worden festzuschreiben, dass das ein Standard werden soll. Es hat dann die OMG, die Object Management Group, diesen Standardisierungsprozess übernommen. Das ist die gleiche Organisation, die auch die UML-Standards verwaltet und deren Weiterentwicklung vorantreibt, genauso bei der BPMN, also mal die Version 1, so rund um das Jahr, das jetzt nicht lügt, 2005 genau, herausgekommen und mit 2010 dann eine überarbeitete Version, die sogenannte BPMN 2.0, die bis heute dann auch aktuell ist, relevant ist, standardisiert worden, die vor allem im Bereich der Kollaborationsmodellierung interessanterweise, der Kommunikationsmodellierung verstärkt wurde. Wir werden uns, alles was wir uns jetzt anschauen, auf die BPMN 2 fokussieren und gehen jetzt schrittweise vor, schauen uns jetzt zuerst einmal die Grundelemente an, die man braucht, um grundlegend Prozesse zu modellieren, ohne nur auf Kollaborationsaspekte zu schauen. Im nächsten Thema werden wir uns dann die Kollaborationsmodellierung in der BPMN ansehen und im letzten Thema werden wir uns jene Aspekte der BPMN ansehen, die dabei helfen, wirklich ausführbare Prozesse ins Detail auszuspezifizieren. So, was macht die BPMN? Die BPMN, oder vielleicht wichtiger, was macht sie nicht? Der Fokus der BPMN ist ganz klar Ablaufmodellierung, im Gegensatz zu umfassenden Konzepten wie ARIS, wir erinnern uns, Themenbereich 1, haben wir unterschiedliche Aspekte von Organisationen modelliert und die zusammengeführt. Das ist nicht der Fokus der BPMN. Die BPMN fokussiert ausschließlich auf die Prozesssicht, das heißt, in der wird die Aufbauorganisation, sowas wie strategische Aspekte, IT-Landschaften, Prozesslandschaften, Geschäftsregeln, alles weg abstrahiert. Das ist in der BPMN nicht enthalten. BPMN ausschließlich Fokussierung auf die Abläufe. Die BPMN setzen wir dann eben ein, um neue Prozesse zu spezifizieren oder existierende Prozesse einmal zu dokumentieren, um sie dann vielleicht in weiterer Folge zu automatisieren bzw. zu verbessern. Wir haben hier eine erste Übersicht über die grundlegenden Elemente der BPMN. Vielleicht wichtig zu unterscheiden, sind sogenannte Flussobjekte, also die Objekte, die den eigentlichen Prozess ausmachen, den eigentlichen Prozess beschreiben, verbindende Objekte, also Objekte, die diese vorangegangenen Elemente, so wie Aktivitäten, verbinden können, und Artefakte. Artefakte sind Zusatzinformationen, die dem Prozess angefügt werden, aber nicht unmittelbar auf seine Durchführung wirken. Und letztendlich, das ist diese Kollaborationssicht, der wir uns jetzt näher widmen werden, sondern das erst im nächsten Thema betrachten werden, haben wir noch Teilnehmer, also Elemente, die es uns kennen wir schon aus, die Formen kennen wir schon aus den Aktivitätsdiagrammen, die es uns erlauben, Zuständigkeiten zu definieren. In UML Aktivitätsdiagrammen haben wir die Partitions gehabt, hier nennt sie das Pool und Lane, und mit dem können wir dann zuordnen, wer denn wofür zuständig ist. Schauen wir uns nachher dann genauer an. Betrachten wir einfach einmal die grundlegenden Notationselemente eines Prozesses. Ein Prozess beginnt immer, also das ist jetzt unser erstes vollständiges BPMN-Modell, und diese Notation, und die Notation sollte man sich dann auch halten, deswegen gehe ich das jetzt so im Detail durch. Ein Prozess beginnt immer mit einem Startereignis. Ein Startereignis, oder Ereignisse generell sind immer Kreise, ein Startereignis ist im Kreis mit einer dünnen Rahmenlinie, mit einer einfachen dünnen Rahmenlinie, wir werden dann sehen, der kann typisiert sein, das heißt, ein Prozess startet zum Beispiel bei reingehenden Nachrichten, oder der kann wie hier untypisiert sein, das heißt, wir haben einfach eine allgemeine Startennachricht und schreiben vielleicht nur dazu, was denn die Bedingung ist, unter der wir den Prozess starten möchten. Ein Prozess endet auch immer mit einem Ende-Ereignis, sehen wir hier ein Ende-Ereignis, ebenfalls ein Kreis, klarerweise, aber mit einer starken, dick durchgezogenen Linie. Auch hier gibt es typisierte und untypisierte, in dem Fall haben wir den untypisierten, das generische Ende-Ereignis. Ein Prozess endet einfach ohne, dass irgendetwas weiteres passiert. Da könnte zum Beispiel auch wiederum eine Nachricht ausgelöst werden, oder was auch immer passieren. Die wesentlichen Eigenschaften des Prozesses werden dann in Aktivitäten beschrieben, das heißt, die Granularität, auf der wir beschreiben, sind Aktivitäten. Aktivitäten werden in solchen Rechtecken hier gekennzeichnet, hier haben wir drei. Und bei der Benennung von Aktivitäten sollte man sie immer im Hinterkopf behalten, dass es sinnvoll ist, Aktivitäten als wirklich aktive Tätigkeiten zu formulieren, das heißt, da sollte idealerweise ein Verb dabei sein. Also irgendwas, was beschreibt, dass etwas zu tun ist. Wir sehen das hier, Lebensmittel einkaufen, also das Einkaufen beschreibt hier die Tätigkeit. Mahlzeit zubereiten oder Mahlzeit verzehren. Einfach nur Mahlzeit reinzuschreiben, würde hier schon zu Unklarheiten führen, weil unklar ist, wo bereite ich denn zu, wo verzehre ich denn die Mahlzeit dann. Also immer Aktivitäten möglichst vollständig, möglichst eindeutig beschreiben und das gelingt meistens dann, wenn man es als aktive Tätigkeit formuliert, das heißt, ein Verb dazu benutzt. Die Verbindungen innerhalb des Prozesses, die wir hier sehen, diese durchgezogenen Pfeile, die nennt man den Sequenzfluss. Der Sequenzfluss muss immer vom Startereignis zum Endeereignis oder wenn es mehrere gibt, wenn wir sehen, dass auch das ist möglich, zu jedem Endeereignis durchgängig sein. Der Prozess darf nirgendwo unterbrochen sein. Es muss einen durchgängigen Sequenzfluss vom Start zum Ende geben. Sequenzflüsse kennzeichnen kausale Beziehung. Der Ausgangspunkt des Sequenzflusses passiert vor dem Endpunkt des Sequenzflusses. Das Lebensmittel einkaufen muss vor Mahlzeit zubereiten passieren. Die letzte Komponente, die wir hier noch sehen, sind die sogenannten Zwischenereignisse. Wir erkennen, auch die sind wieder rund und haben aber eine doppelte, durchgezogene, dünne Linie. Zwischenereignisse helfen uns dabei, werden wir später dann gleich viel detaillierter noch sehen, den Kontrollfluss im Prozess genauer zu beschreiben bzw. zu beeinflussen. An dieser Stelle hat dieses Zwischenereignis ausschließlich informativen Charakter. Es beeinflusst den Prozess nicht wirklich. Wir wissen nur noch Mahlzeit zubereiten, tritt das Ereignis ein, Mahlzeit zubereitet und danach kann die Mahlzeit verzehrt werden. Ich glaube, hier beeinflusst es den Prozess nicht, man könnte es auch weglassen und der Prozess würde genauso aussehen. Reine Zusatzinformationen, wir werden später sehen, man kann Ereignisse aber sehr dazu verwenden, sehr detailliert zu beschreiben, wie der Prozess exakt funktioniert. So, jetzt schauen wir uns diese einzelnen Komponenten noch mal näher an. Beginnen wir mit den zentralen Komponenten, den Aktivitäten. Aktivitäten, habe ich schon erwähnt, benennen wir idealerweise aktiv, immer ein Verb mit dazu und Aktivitäten kann man auch, auch das kann man schon aus Aktivitätsdiagrammen detaillieren. Eine Aktivität, wo Zusatzinformation vorhanden ist, ist durch so ein kleines Plus gekennzeichnet. Dieses kleine Plus zeigt uns, hier steckt ein weiterer Prozess drinnen und wenn man das aufklappen würde, das ist jetzt eine Tool-Geschichte, ob das möglich ist oder nicht, wenn man das aufklappen würde, dann können wir einen expandierten Subprozess darstellen. Man kann auch in einem Prozessmodell den Subprozess gleich expandiert einzeichnen und das dann zur Kapselung verwenden. Auch das hat potenzieller Mehrwert für die Ereigensteuerung, werden wir aber erst im übernächsten Themenbereich dann sehen. Was wir aber erkennen ist, dass wenn wir einen expandierten Subprozess haben, der immer auch einen vollständigen Prozess enthalten muss. Das heißt, der muss mit einem Startereignis beginnen und mit einem Endereignis wieder enden und dazwischen haben wir wieder einzelne Aktivitäten. Es gibt dann noch, aber auch das werden wir uns erst im übernächsten Themenbereich anschauen, Modifikatoren für diese Aktivitätselemente. Die werden wir üblicherweise aber eher selten verwenden oder nur in Spezialfällen verwenden. Das ist das Grundelement, das wir brauchen, um Prozessinformationen zu beschreiben. Das zweite Grundelement, das wir haben, auch das habe ich schon erwähnt, sind die Ereignisse. Ereignisse treten in drei grundlegenden Varianten auf. Auch die hat man schon. Start-Events, End-Events und Intermediate-Events. Unterscheiden sich immer, egal wie Sie es sonst noch anschauen, in der Form des Rahmens. Das heißt, eine dünne durchgezogene Linie ist ein Start-Event, eine dicke durchgezogene Linie ist ein End-Event und eine doppelte durchgezogene Linie ist ein Zwischen- oder ein Intermediate-Event. An diesen Intermediate-Events erkennt man, dass die BPMN nicht dafür konzipiert wurde, mit der Hand gezeichnet zu werden. Das wird irgendwann einmal schwierig, das zu zeichnen, vor allem, wenn es dann, wenn wir auf der rechten Seite jetzt sehen, ein bisschen um komplexere Events geht. Die BPMN ist ganz klar dafür konzipiert, mit Werkzeugunterstützung gezeichnet zu werden. In der Übung werden wir uns die gängigen Werkzeuge oder einige der gängigen Werkzeuge ansehen, sodass wir dann auch für die weiterführenden Aufgaben versuchen können, saubere BPMN-Modelle zu konzipieren oder zu modellieren, zu zeichnen. Zurückkommend, wir hatten bereits gesagt, bei Events gibt es untypisierte und typisierte Events, die unausgefüllten, d.h. die mit leerem Innenraum gezeichneten Events, sind untypisierte. Da treffen wir keine weitere Aussage darüber, was für eine Art von Event das ist. Für die Prozesssteuerung mag es aber sinnvoll sein, genauer zu spezifizieren, welche Art von Event-Ereignis wir erwarten. Zum Beispiel, was wir hier sehen, sind drei unterschiedliche Orten von Events. Hier sehen wir das Start-Message-Event. Das Start-Message-Event sagt, unser Prozess startet dann, wenn eine bestimmte Nachricht eintrifft. Eintreffende Nachrichten können wir dann verwenden, um Kommunikationsabläufe zu modellieren. Für die Kollaborationsmodellierung werden wir im nächsten Thema sehen, werden wir uns in erster Linie Message-Events bedienen. Genauso kann es sein, dass wir ein Timer-Event spezifizieren möchten. Timer-Events sind dazu da, Zeitabläufe zu modellieren. Ein Intermediate-Timer-Event würden wir z.B. verwenden, um eine bestimmte Zeitspanne zu warten, bevor man weitermachen möchte. Gehen wir davon aus, wir modellieren einen Brotbackprozess und nach dem Kneten des Teigs muss der Teig rasten, und zwar für eine halbe Stunde. Dann würden wir hier zwischen dem Teig rasten und dem Brot in die Form füllen, ein Intermediate-Timer-Event mit 30 Minuten Ablaufdauer einfügen. Und der Prozess würde uns dann genau an dieser Stelle, wo dieses Event eingefügt ist, für 30 Minuten blockieren und es dann fortsetzen. Das letzte Beispiel, das wir hier haben, ist ein End-Exception-Event. Das kennzeichnet, dass der Prozess nicht einfach so beendet wurde, sondern dass der aufgrund eines Fehlers beendet wurde und dass man mit dieser Information, dass ein Fehler aufgetreten ist, vielleicht noch weiter was machen möchte, nämlich z.B. Vorgesetzte informieren, Kunden informieren, was auch immer. Diese Information kann man da in die Events reinkodieren und dann weiterverwenden, im Übrigen in anderen Prozessteilen. Wie das exakt funktioniert, werden wir uns im Thema 3-4, Modellierung von komplexen Prozessen ansehen. Wichtig an dieser Stelle, drei unterschiedliche Arten von Events. Prozess beginnt immer mit Start-Events, endet immer mit End-Events. Es gibt keinen Prozess, der ohne Start-Event beginnt und keinen Prozess, der ohne End-Event endet. Das ist ganz wichtig. Nicht vergessen. Was wir aus der Software-Modellierung, sowohl bei Flowcharts als auch bei Aktivitätsdiagrammen schon kennen, sind die Konnektoren, die es uns erlauben, Entscheidungen zu treffen oder Abläufe zu parallelisieren. In der BPMN heißen die Gateways. Diese Gateways beeinflussen die Verzweigungen im Kontrollfluss und die existieren grundsätzlich einmal in vier verschiedenen Varianten. Die klassische Entscheidung, wir gehen es gleich im Detail durch, die klassische Entscheidung ist das XOR-Gateway. Also hier entweder oder, exklusives oder, entweder der eine Pfad oder der andere Pfad. Es müssen nicht nur zwei sein, das können auch beliebig viele sein. Aber die Bedingungen, je nachdem welchen Pfad wir weiterverfolgen müssen, sich gegenseitig ausschließen. Das heißt, wir gehen immer nur genau einen Pfad weiter. Das ist auch das Standard-Gateway gleichzeitig. Das heißt, wenn man eine Entscheidung modellieren will, kann man dieses X, das da drin ist, weglassen. Der Split, den wir aus Aktivitätsdiagrammen kennen, also kennen, das ist die Parallelisierung, dass mehrere Aktivitäten unabhängig voneinander ausgeführt werden können, den findet man hier in der BPMN mit dem UND-Gateway. Das UND-Gateway führt also den Kontrollfluss auseinander und an einer späteren Stelle setzen wir es wieder ein. Wir sehen dann gleich Beispiele wieder zusammen. Fortgesetzt kann beim UND-Gateway erst dann werden, wenn alle Zweige, die da eingehen, fertiggestellt sind. Also wir warten mit dem Kontrollfluss so lange, bis alle Zweige fertig sind und erst dann geht es weiter. Das UND-Gateway sagt, wir gehen bitte nur einen oder mehrere Zweige, der darauffolgenden Zweige, je nachdem, welche Bedingungen eingetreten sind. Wo es also beim UND alle Zweige sind und beim XOR genau einer der Alternativen, können es beim UND einer oder mehrerer sein. An dieser Stelle ist wichtig, und das auch in Abgrenzung quasi zum vierten, zum eventbasierten Gateway, ist, dass die Prüfung der Bedingungen, die wir formulieren beim XOR oder beim ODA, möglich sein muss auf Basis von bereits vorliegenden Daten. Das heißt, wir müssen in Aktivitäten, die wir davor ausgeführt haben, schon die Grundlage dafür geschaffen haben, die Entscheidung dann an der Stelle, wo das Gateway eingesetzt wird, zu treffen. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn ich vorher nicht weiß, welchen Weg ich gehe, dann ist meine einzige Möglichkeit, das abzubildende Event-basierte Gateway. Wir werden es auch hier gleich wieder sehen, das Event-basierte Gateway, das schaut quasi in die Zukunft. Beim Event-basierten Gateway würde man in jedem ausgehenden Zweig unmittelbar danach ein Ereignis modellieren. Und je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt, geht es dann den einen oder den anderen Zweig weiter. Das heißt, da braucht man nicht zuvor die Information haben, sondern können das erst im Nachhinein entscheiden, je nach auftretenden Ereignis. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Time-outs beim Warten auf Nachrichten zu realisieren. Event-basiertes Gateway, im einen Zweig ein Nachrichtenereignis, im anderen Zweig ein Timerereignis. Und wenn das Timerereignis zuerst auftritt, dann geht es den Time-out-Zweig. Wenn das Nachrichtenereignis eintritt, dann ist die Nachricht ja angekommen und wir machen regulär weiter. Zum Beispiel. Schauen wir uns das genauer an. Da schauen wir uns das noch nicht genauer an, kommt später, machen wir uns jetzt die Elemente fertig, die wir schon behandelt haben. Der Sequenzfluss, das ist eigentlich nur der Pfeil, meint man, aber auch den gibt es in unterschiedlichen Varianten. Wichtig beim Sequenzfluss, habe ich vorhin schon erwähnt, es muss immer einen durchgängigen Sequenzfluss, also mindestens einen durchgängigen Pfad, von jedem Startereignis zu jedem Endeereignis geben. Es darf nicht passieren, dass irgendwo eine Aktivität, ein Zwischenereignis, da passiert das gern, in der Luft hängt. Das heißt, keinen ausgehenden Sequenzpfad hat. Das einzige Element, mit einer Ausnahme, die wir später besprechen, wo kein Sequenzfluss weitergeht, ist ein End-Event. Wie gesagt, eine Ausnahme des Link-Events, das man dazu verwenden kann, den Prozess übersichtlicher zu machen, schauen wir uns im Thema 3.4 noch mehr genauer an. Aber grundsätzlich geht aus jedem Element der BP-Man, außer aus End-Events, mindestens ein Sequenzfluss wieder raus. Das merken, dann kann wenig schief gehen. Sequenzflüsse gibt es jetzt, das sehen wir hier, noch in unterschiedlichen Varianten, mit diesen kleinen Modifikatoren. Das sind sogenannte bedingte Flüsse, wo wir so eine kleine Raute dabei haben. Das ist ein bedingter Fluss, den wir nur dann nachverfolgen, wenn die Bedingung, die dabei steht, eingetreten ist oder wahr ist. Wer also Wetterverhältnisse prüfen, wir schaffen die Grundlagen, die Entscheidung zu treffen und dann gibt es zwei bedingte Flüsse, Sonne, Wind, je nachdem, was da beiden eingetreten ist oder hier auch beides, es kann auch windig sein, wenn die Sonne scheint, gehen wir den jeweiligen Pfad weiter. Wir führen da hinten mit einem inklusiven, also mit einem Oder geht wir wieder zusammen, ist klar, vorne hatten wir eigentlich eine Oder-Entscheidung, Sonne oder Wind oder beides, führen wir hinten wieder zusammen und erst dann, wenn beide Zweige, oder jeder der Zweige, der ausgelöst hat, hinten eingetroffen ist, dann können wir fortsetzen und hier den Prozess abschließen. Das heißt, erst dann, wenn da schon ein Schutz heruntergelassen ist und der Windschutz ausgefahren ist, dann geht es auch wirklich weiter. Das Dritte, was wir hier sehen, ist das mit dem kleinen Strich, ist der sogenannte Default Flow, der Default Fluss oder der Standardfluss, der wird nachverfolgt, wenn keine der Verbindungen, keine der Bedingungen eingetreten ist. Denn Default Flow kann man eben dazu verwenden, um alle Eventualitäten abzudecken, das heißt, ich sage, wenn Sonne ist, macht das, wenn Wind ist, macht das und wenn nichts von diesen beiden ist, dann macht den Dritten Zweig und in dem Fall passiert im Dritten Zweig einfach gar nichts. Das heißt, wenn man durchgängigen Sequenzfluss direkt zum Oder, ist der Einzige, der ausgelöst hat, das heißt, der Prozess endet sofort Nachwetterverhältnisse, prüfen wieder. Das ist der grundsätzliche Kontrollfluss, das reicht uns grundsätzlich, um zu modellieren. Jetzt gibt es nur Möglichkeiten, den Prozess zu ergänzen um Zusatzinformationen. Und in der BPMN ist es wirklich nicht mehr als Zusatzinformationen. Zum Beispiel so etwas wie ein Datenobjekt. Dass es Daten gibt, ist zwar schön, wir berücksichtigen es aber in der BPMN nur insofern, als dass wir es einbauen können, es wird nicht weiter verarbeitet. Im Gegensatz zum Beispiel zu Aktivitätsdiagrammen, wo wir Daten explizit in den Kontrollfluss einbauen können und die dann auch weiter berücksichtigt werden, wenn man die Modelle weiter verarbeitet. Hier sehen wir, es gibt ein Datenobjekt, das hier einfach auch physische Güter repräsentieren kann. Im vorliegenden Beispiel gibt die Aktivität Brötchen backen. Dazu brauchen wir Mehl. Da kommt raus, und da hängt jetzt quasi dieses Datenobjekt am Sequenzfluss dran. Das gibt auch keine Brötchen, und dann kann man die Brötchen verkaufen. Wenn man kennzeichnen will, dass bestimmte Aktivitäten zusammengehören, ohne das irgendwie streng formal zu modellieren, kann man eine Gruppe verwenden. Das ist diese strichpunktierte Linie. Also gruppiert nur, macht aber nicht mehr. Also hat keine Auswirkung auf den Prozess, außer visuelle Markierung. Und wenn man eine Aktivität oder was auch immer für ein Element, ganz egal was, noch näher beschreiben möchte, kann man Annotationen verwenden. Also das Brötchenverkaufen im Geschäft an Laufkunden passiert und nicht über irgendeinen Strukturvertrieb oder über Straßenverkauf, das ist hier noch näher beschrieben. Also diese Brötchenverkaufen-Aktivität ist näher erklärt. Das, wie gesagt, alles nur Information, die beim Verständnis des Prozesses helfen soll, aber formal keine Auswirkungen auf die Prozessausführung hat. So, jetzt nur mal ein genauer Blick auf die Verzweigungen, auf diese Gateways, die wir vorhin schon kurz besprochen haben. Ich habe vorhin schon erwähnt, wir beginnen mit dem exklusiven Gateway. Das ist das Gateway, das wir am öftersten brauchen werden, weil es in Prozessen sehr oft unterschiedliche Varianten gibt, wie die ausgeführt werden können. Diese Varianten sind üblicherweise einander ausschließend. Das heißt, wir gehen entweder den einen oder den anderen weg und dazu verwenden wir das exklusive Gateway. Exklusives Gateway ist eine Raute mit einem eingeschriebenen X. Das kann man auch weglassen, dieses X, dann hat man nur die Raute. Wenn man eine leere Raute sieht, ist es immer ein exklusives Gateway. Wichtig, wie gesagt, beim exklusiven Gateway müssen die beiden Bedingungen oder nicht nur die beiden, es können mehrere Zweige ausgehen, müssen sich die Bedingungen einander ausschließen. Das heißt, hier haben wir zwei Bedingungen. Wir bestimmen die Entfernung, also schaffen wieder die Entscheidungsgrundlage. Nie vergessen, immer wichtig, vorher die Entscheidungsgrundlage schaffen in einer Aktivität. Dann können wir die Entscheidung treffen. Die Entfernung ist entweder bis zu 500 Kilometer oder über 500 Kilometer. Und darauf aufbauend setzen wir dann unterschiedliche Aktivitäten. Entweder wir fahren mit der Bahn, also geht um eine Reisebuchung, oder wir können einen Flug buchen. In beiden Fällen müssen wir Reiseunterlagen zusammenstellen. Das heißt, wir führen den Kontrollfluss hier wieder zusammen. In der Geschäftsprozessmodellierung, genauso wie in der Softwaremodellierung, versuchen wir, keine Informationen zu duplizieren. Wenn in beiden Zweigen dann die gleiche Aktivität folgt, dann werden wir die Alternative wieder schließen, wieder zusammenführen und das dann nur einmal modellieren. Je mehr Duplikationen drinnen werden, desto schwieriger wird es, den Prozess zu warten beziehungsweise auch zu optimieren. Wir haben vorhin schon den bedingten Fluss besprochen. Man kann sich jetzt ganz gut vorstellen, dass der als Alternative verwendet werden kann, so ein XOR-Gateway darzustellen. Das heißt, wenn wir zwei einander ausschließende Bedingungen haben, dann können wir einfach zwei bedingte Flüsse modellieren, die hier zur Anwendung kommen. Da brauchen wir dann auch keinen Defaultfluss, wir brauchen auch keinen Defaultfluss, wenn die beiden Bedingungen auf jeden Fall den gesamten Entscheidungsraum abdenken. Das heißt, entweder wir haben Entfernung bis zu 500 Kilometer oder über 500 Kilometer. Da gibt es nichts anderes. Es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Deswegen brauchen wir keinen Defaultfluss. Auf der anderen Seite kann man, wenn man sich auch wieder den Zeichenaufwand sparen will oder den Prozess versuchen will, übersichtlicher zu machen, dafür aber nicht so ausdrucksstark, das schließende XOR-Gateway weglassen. Immer dann, wenn zwei Sequenzflüsse direkt in eine Aktivität gehen, ist es ein implizites XOR. Das heißt, hier gehen wir davon aus, dass der Sequenzfluss eigentlich wieder zusammengeführt wird, aber immer nur aus einer Richtung kommen kann. Flugbuchung oder Bahnfahrtbuchung, entweder oder, in beiden Fällen folgt darauf, Reiseunterladen zusammenstellen. Wenn es jetzt nicht so einfach wird, dann können es eben auch mehr Bedingungen sein. Wir sehen das hier nochmal in beiden Varianten. Wenn wir nicht nur die zwei Optionen haben, sondern in diesem Fall drei spezifizierte Optionen und den ganzen Rest, dann sagen wir, wir können eine Anschaffung beantragen und haben unterschiedliche Prozessabläufe, je nachdem, ob die Summe zwischen 100 und 1000 Euro ist, zwischen 1000 und 5000 oder über 5000. Was wir jetzt sehen, da bleibt der Wertebereich übernimmig Anschaffungen unter 100 Euro und die decken wir mit dem Defaultfluss ab. Also man kann sich jetzt vorstellen, unter 100 Euro darf jeder Angestellte ohne Rücksprache weitermachen und zwischen 100 und 1000 Euro muss man beim unmittelbaren vorgesetzten Anfragen zwischen 1000 und 5000 Euro muss man einen schriftlichen Antrag stellen und über 5000 Euro braucht man die Freigabe der Geschäftsführung zum Beispiel oder basierend auf einem Interview. Ganz egal. Auf jeden Fall unterschiedliche Aktivitäten, je nach Summe. Wichtig hier eben, wir decken mit den Bedingungen nicht den gesamten Wertebereich ab, deswegen nehmen wir noch den Defaultflug der alle anderen übrigen Werte, in diesem Fall Summe zwischen 0 und 100 Euro abdeckt. Auch hier wieder die Möglichkeit, das alternativ mit bedingten Flüssen darzustellen. Das parallele Gateway führt den Sequenzfluss auseinander, zeigt, dass die darauffolgenden Aktivitäten in den unterschiedlichen Zweigen unabhängig voneinander ausgeführt werden können. Auch parallel hängt aber ein bisschen von den Ressourcen ab. Ein einzelner Akteur, wenn es dann um die Ausführung geht, kann nicht beide Aktivitäten gleichzeitig machen, dann kennzeichnen wir, es ist egal, was du zuerst machst. Wenn wir ausreichend Ressourcen haben, dann kann es auch tatsächlich parallel ablaufen. Das Plus sagt also, die darauffolgenden Aktivitäten oder die Zweige, die da kommen, sind voneinander unabhängig. Die Information ist sehr wertvoll, wenn es dann um die Prozessorienoptimierung geht. Alles, was ich parallelisieren kann, kann ich dann schneller ausführbar machen, indem ich mehr Ressourcen zuweise. Wie ich gerade erklärt habe, wenn es vorher nur eine Person gegeben hat, die einen bestimmten Prozess ausführt, dann muss die trotzdem alle Aktivitäten hintereinander ausführen. Wenn es aber parallelisierbar wäre und ich weise eine zweite Ressource zu, dann kann ich die Bearbeitungszeit verkürzen, indem ich einfach mehr Aktivitäten parallel ausführe. Auch das lässt sich verkürzt zeichnen, indem wir Sequenzflüsse, also mehrere Sequenzflüsse aus einer Aktivität hinausführen. Das heißt, auch hier wieder implizit dargestellt, wenn eine Aktivität mehrere ausgehende Sequenzflüsse hat, dann ist das immer ein und immer eine Parallelisierung. Das heißt, wenn ich Alternativen darstellen will, wenn wir zurückgehen nach oben, dann brauche ich diese bedingten Flüsse. Wenn ich Parallelisierung darstellen will, dann kann ich einfach ausgehende Sequenzflüsse machen, ohne eine Bedingung, übel, klarerweise. Diese ganzen verkürzten Zeichnungsweisen oder Darstellungen, Repräsentationsformen, die hier möglich sind, die sind zwar praktisch, machen aber den Prozess nicht unbedingt ausdrucksstärker, wenn man eben relativ viel an Kontextwissen über die Sprache haben muss, um das interpretieren zu können, eindeutig. Also ich muss wissen, dass wenn eine Aktivität zwei ausgehende Flüsse hat, dass das eine implizite Parallelisierung ist, also ein implizites Paralleles Gateway, wenn sie mehrere eingehende Flüsse hat, dann ist das ein implizites exklusives Gateway, so wie wir es hier hier oben hatten, bei dem vorhergehenden Beispiel. Also üblicherweise empfehle ich, wenn wir dann in die praktische Modellierung gehen, die Gateways explizit zu zeichnen, weil es dann nicht zu Missverständnissen kommen kann und man auch selbst den Überblick besser behält. Wenn es aber sehr komplexe Prozesse werden, wo man den Prozess vor lauter Gateways fast nicht mehr sehen würde, dann mag es sinnvoll sein, diese implizite Notation zu verwenden, um den Gesamtüberblick irgendwie nur behalten zu können. Wenn jetzt ein paralleles Gateway zusammengeführt wird, das habe ich vorhin schon erwähnt, dann geht es nur dann weiter, wenn sowohl der eine als auch der andere Zweig, oder wenn es mehrere gibt, wenn alle Zweige abgeschlossen sind. Also erst, wenn hier alle Aktivitäten fertig sind, im oberen Bereich und hier im unteren Bereich, erst dann kann es weitergehen. Die Ausführung stoppt hier, wartet hier und geht nicht weiter. Klar ist auch, dass bei der Parallelisierung es ja keine Bedingungen gibt, das heißt, wir müssen auch keine Entscheidungsgrundlage schaffen. So etwas wie eine Aktivität, die irgendwas prüfen muss, ist bei einer Parallelisierung nicht unbedingt notwendig. Im Gegensatz dazu wieder das inklusive Gateway. Das inklusive Gateway braucht wieder Entscheidungsgrundlagen. Das heißt, hier müssen wir wieder irgendwie die Daten für eine Entscheidungsgrundlage schaffen. Hier also Medien für Stellenanzeigen auswählen. Und dann können wir die Entscheidung treffen, in welchen Medien wir jetzt eine Stellanzeige denn schalten möchten. Und das muss nicht nur exakt eine sein, sondern das können auch mehrere bis hin zu allen sein. Aber es muss mindestens eine sein. Also besteht nicht die Möglichkeit, gar keine auszuwählen, außer ich würde das explizit mit keine gewählt irgendwie modellieren. Und grundsätzlich muss man mindestens einen Zweig, aber auch mehrere gehen. Die Entscheidungsgrundlage muss aber davor schon da sein. Das heißt, ich habe da rausgesucht, zum Beispiel, ich möchte Stellenanzeige auf der Homepage und in der Zeitung schalten, aber nicht in der Internetstellenbörse. Dann würden nur diese beiden Zweige aktiviert werden. Oder ich möchte es in allen drei schalten, dann würde es halt in allen drei Bereichen weiter. Wie wir in dem ersten Beispiel oben bei den bedingten Flüssen schon gesehen haben, kann man bedingte Flüsse auch für das Oder verwenden. Da haben wir dann, also wenn sich hier die Bedingungen nicht gegenseitig ausschließen, dann ist es ein implizites Oder. Wenn sich die Bedingungen ausschließen, dann ist es ein implizites X, also eine implizite Entscheidung. Auch hier meistens sinnvoller, tatsächlich das Gateway explizit zu verwenden, also das Notationssymbol zu verwenden, weil es halt dann eindeutig ist, was man meint. Ist es eine Entscheidung oder ist es ein Oder und man nicht die Bedingungen nur interpretieren muss. Man kann hier auch einen, genauso wie im Übrigen bei exklusiven Gateways, einen Default-Fluss verwenden, der dann nachverfolgt wird, wenn keine der anderen Bedingungen zutrifft. Das ist das, was wir üblicherweise brauchen werden. Wenn es jetzt komplizierter wird, also wenn die Bedingungen komplizierter werden, wenn zum Beispiel, wenn ich sage, es muss die eine Bedingung eingetreten sein und eine von zwei anderen Bedingungen eingetreten sein, also eine Kombination von Und und Oder zum Beispiel, dann eignet sich das komplexe Gateway. Das komplexe Gateway kann ich einfach mal so hinzeichnen, das ist das mit Sternen, und muss üblicherweise dann dazuschreiben, was genau die Bedingung ist. Das heißt, hier könnte man sagen, wir parallelisieren, wir fragen alle unsere früheren Arbeitgeber und den Hochschulprofessor um Referenzen, gehen aber dann schon weiter, wenn nur zwei von drei Referenzen eingetroffen sind. Es gibt da noch andere Möglichkeiten, das zu modellieren, werden wir bei der Kommunikationsmodellierung sehen, aber hier habe ich die Möglichkeit, komplexere Bedingungen, also Auswahlbedingungen oder kombinierte Bedingungen, sowohl in der Verzweigung als auch in der Zusammenführung, zu spezifizieren. Werden wir in der Praxis, ja, üblicherweise relativ selten sehen, aber es besteht eben die Möglichkeit, wenn man mit solchen komplexen Bedingungen zu tun hat, dann könnte man das komplexe Gateway verwenden. So, hier noch einmal diese Geschichte mit der Verwendung der Gateways, dass die Entscheidungsgrundlage zuvor getroffen sein muss. Das heißt, ich schreibe nicht zum Gateway, dass ich einen Antrag prüfen muss und dann sage angenommen oder abgelehnt. Ich muss davor eine Aktivität setzen, Antrag prüfen, der Gateway selbst kodiert keine Aktivität. Ich muss den Antrag prüfen und danach kann ich dann, basierend auf dem Ergebnis dieser vorgelagerten Aktivität, die Entscheidung treffen, ob der Antrag angenommen oder abgelehnt ist. Eine Zeichenrichtlinie noch, es ist grundsätzlich nicht verboten, wenn man Gateways dazu verwendet, unmittelbar den Sequenzfluss aus unterschiedlichen Richtungen zusammenzuführen und dann gleich wieder zu verzweigen. Manchmal ist das notwendig, wenn es drei unterschiedliche Varianten gibt, etwas zu tun, die laufen dann wieder zusammen und dann geht es mit zwei möglichen Varianten weiter, so wie in diesem Beispiel. Dann kann man das machen, der Übersichtlichkeit halber ist es aber schöner, wenn man schließende und öffnende Gateways immer separat hinzeichnet. Das heißt, das ist das schließende Gateway, das die drei zusammenführt und das ist das öffnende Gateway, das die zwei wieder auseinanderführt, die zwei ausgehenden Sequenzflüsse. Hier sehen wir einmal die Geschichte mit der Parallelisierung, die wir ebenfalls schon besprochen haben. Wenn es mehrere ausgehende Flüsse gibt, dann ist es eine implizite Parallelisierung, wenn es mehrere Eingänge gibt, ist es implizit dargestellt oder gehen wir implizit davon aus, dass nur einer dieser Flüsse wirklich zutrifft. Viel implizites Wissen drinnen, besser oder schöner oder nachvollziehbarer zumindest, wenn man die Gateways auch explizit hinzeichnet. So, im letzten Punkt schauen wir uns jetzt noch die Ablaufsteuerung mit Ereignissen an. Uns fehlt ja nach wie vor das ereignisbasierte Gateway. Um das besprechen zu können, müssen wir uns aber diese Ereignisse nochmal genauer anschauen. Wir haben ja schon erwähnt, und darauf gehe jetzt nicht nochmal näher ein, dass es sowas wie Start-, Zwischen- und Ende-Ereignisse gibt. Wir haben auch schon besprochen, dass es unterschiedliche Arten von Ereignissen geben kann, entweder unspezifizierte, zum Beispiel auch Zeit-Ausgelöste, wenn der Anmelderschutz zum Beispiel eingetroffen ist, oder Nachrichten-Ausgelöste, wenn ein neuer Auftrag eingeht, lösen wir einen neuen Prozess aus. Da gibt es noch viele andere Varianten, die wir uns alle im Thema 3, 4 nochmal genauer anschauen. Bedingte Auslöser, Fehlermeldungen, Eskalationen, kombinierte Events. Vergessen wir an der Stelle einmal, nicht näher relevant, und die da oben sind auch tatsächlich die, die man in der Praxis am öftersten verwendet, vor allem dieses nachrichtenbasierte Event, werden wir oft dann sehen. Das habe ich auch schon erwähnt, ein Prozess kann mehrere Start-Ereignisse haben, muss kein einzelnes Start-Ereignis haben, aber es muss eines vorhanden sein. Genauso bei Ende-Ereignissen, die kommen jetzt als nächstes, ein Prozess kann mehrere Ende-Ereignisse haben, muss aber mindestens eines haben. Die kann man mehrere Ende-Ereignisse haben, wenn man zum Beispiel eine Parallelisierung haben, so wie wir es hier sehen, dann kann es durchaus passieren, oder dann ist es zulässig, diese Parallelisierung nicht unbedingt wieder überall zu schließen, sondern die einzelnen Zweige einfach an bestimmten Stellen, wo der Prozess, der Teilprozess, dieser eine Zweig abgeschlossen ist, einfach mit einem Ende-Ereignis zu terminieren. Auch Ende-Ereignisse existieren in unterschiedlichen Varianten. Hier sehen wir die Terminierung und das generische Ende-Ereignis. Was genau die Terminierung macht, auch hier wieder Verweis auf Thema 3.4. Wichtig hier eben sich zu merken, auf jedem Weg durch den Prozess, also allen Sequenzflüssen nachzufolgen, muss es einen geschlossenen Pfad von jedem Startereignis zu jedem Ende-Ereignis geben. Das können wir hier jetzt einmal einzeichnen. Wir haben ein Startereignis, aber wir haben drei Ende-Ereignisse. Die Frage ist, findet man immer einen Sequenzfluss zwischen den beiden? Das haben wir hier, da passt es. Wir haben es hier, da passt es auch. Und zu dem mittleren haben wir sogar zwei Möglichkeiten. Ich nehme jetzt einmal den unteren. Das heißt, die formalen Bedingungen an dem BPMN-Prozess sind grundsätzlich einmal erfüllt. Ja, und jetzt kommen wir zu den Zwischenereignissen. Die haben wir ja vorher rein informativ verwendet. Jetzt sehen wir, dass wir die auch für das ereignisbasierte Gateway zur Ablaufsteuerung verwenden können. Zwischenereignisse sind, also in den Prozess eingebaut und repräsentieren meistens irgendwelche Phänomene, die von außen auf den Prozess einwirken. Ein Spezialfall ist, dass die BPMN-Ereignisse auch dafür verwendet, diese Einwirkungen in anderen Prozessen darzustellen. Das heißt, wenn ich eine Nachricht versende oder eine Nachricht empfange, ist das intuitiv verständlich, ein Ereignis, das eintritt. Das haben wir hier. Aber auch das Versenden der Nachricht ist interessanterweise in der BPMN, und das ist ein bisschen counterintuitiv, ein Ereignis. Das heißt, wir schreiben die Bewerbung und dann wird die Nachricht abgesendet. Das benötigt in der BPMN keine eigene Aktivität. Das Versenden durch System ist die Annahme automatisiert passiert. Deswegen ist es ein sogenanntes Sendeereignis oder ein auslösendes Ereignis und dann gibt es empfangende Ereignisse, wie eben dieses Empfangsereignis. Das heißt, hier haben wir das Versenden der Bewerbung oder Bewerbung versandt als Ereignis und dann wird irgendwann einmal die Eingangsbestätigung zurückkommen. Und wenn die zurückgekommen ist, dann gehen wir im Prozess erst weiter. Das heißt, unser Prozess läuft einmal so, dass wir sagen, wir beginnen an einer Stelle, dann schreiben wir die Bewerbung. Das Bewerbung versenden läuft einmal im Hintergrund, benötigt keine Zeit. Und dann warten wir einmal hier, bis wir die Empfangsbestätigung erhalten haben. Unser Prozess blockiert an dieser Stelle. Und dann geht es weiter und dann kommen wir zu einem ereignisbasierten Gateway. Deswegen kommen wir zu einem ereignisbasierten Gateway, weil es hier zwei Varianten gibt, die wir nur dadurch unterscheiden können, je nachdem, welche Nachricht eingeht. Nämlich, wir können eine Absage erhalten oder eine Einladung erhalten. Wenn wir eine Absage auf unsere Bewerbung erhalten, dann endet unser Prozess, dann sagen wir, ob wir Ende Ereignis. Wenn wir eine Einladung erhalten, darum geht es weiter mit Interviewtermin bestätigen, die Terminvereinbarung versenden und dann haben wir hier noch ein Timer-Zwischenereignis, das so lange den Prozess blockiert, bis der Interviewtermin gekommen ist. Und dann nehmen wir am Interview teil. Und dann endet der Prozess wieder. Wichtig hier, das ereignisbasierte Gateway, das jenen Zweig weiterverfolgt, dessen Ereignis als erstes eintritt. Alle anderen Zweige, die da sind, werden verworfen. Das heißt, wir könnten hier noch sagen, wir warten auch maximal zwei Wochen auf eine Antwort und danach interessiert es uns nicht mehr. Dann würden wir hier noch einen dritten Zweig mit einem Timer-Ereignis modellieren, das wir dann ebenfalls auf ein Ende-Ereignis führen. Also wenn wir nach zwei Wochen dann noch eine Zusage bekommen würden, dann interessiert es uns nicht mehr und verwerfen deswegen den Prozess oder beenden den Prozess schon vorzeitig oder früher. Wir horchen dann gar nicht mehr auf die Antwort im Wesentlichen. Wichtig sich hier zu merken, einerseits dieser Mechanismus des ereignisbasierten Gateways und auch, dass wenn man zwischenereignisse, empfangende zwischenereignisse, so wie das Timer-Event, so wie hier den Empfang der Nachricht, in einen Sequenzfluss einbaut, dass der Prozess dann an dieser Stelle blockiert, bis das Ereignis auch tatsächlich eingetreten ist. So kann man den Kontrollfluss ganz gut beeinflussen. Üblicherweise fasse ich ja zusammen, was man sich in einem Thema merken muss. Hier war eigentlich alles wichtig. Hier ist alles zu merken, weil das die Grundlage für die Modellierung bildet. Wir werden sehen, dass wir jetzt sämtliche Elemente, die wir hier jetzt eingeführt haben, sowohl bei der Kollaborationsmodellierung als auch bei der Modellierung komplexer Abläufe alle wieder benötigen werden. So, das war's mit den Grundlagen und jetzt geht's weiter zur Kollaborationsmodellierung. Kollaborationsmodellierung. Vergezwitschen, TASV Untertitelung des ZDF, 2020